Joho Plants vs. Zombies Freunde! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Plants vs. Zombies! Noch einmal auf meinem Kanal. Ja, wir haben Plants vs. Zombies schon durchgespielt, wie man hier eindeutig sieht, aber das Spiel ist dann auch noch nicht vorbei und ich hatte ja gesagt, wir werden eines Tages damit weitermachen und ich finde jetzt, wo Banish langsam ausläuft und Don't Star vorbei ist, ist das wunderbar, für den Sommer wieder eine Runde Plants vs. Zombies zu spielen und zwar im erweiterten Adventure-Modus, der ein wenig schwieriger gestaltet ist und da ich auch ziemlich lange kein Plants vs. Zombies mehr gespielt habe, wird das Ganze für mich auch um einiges schwieriger, denn ich habe so gar nichts mehr im Kopf davon. Oh, und unser Zen-Garten möchte gegossen. Ach du, liebes Nüsschen! Ja, Geld hier im Spiel kann man durch den Zen-Garten halt ebenfalls sammeln. Steh doch mal auf, liebes Schneckchen, und sammle das Geld ein. Kann man durch den Zen-Garten farmen. Dieses Geld braucht man auch, um bestimmte Items kaufen zu können im Shop, die interessant sind, die wir auch später definitiv brauchen werden, besonders wenn wir uns noch eigene Challenges stellen. Ich würde uns ganz gerne selber dann noch ein paar Herausforderungen heraussuchen, quasi eigene, sehr schwierige Manöver, Tests, wie kann man mit den und den Pflanzen die und die Gegner besiegen. Also, das möchte ich gerne mit euch durchprobieren. Letzten Endes ist das Ganze hier ein Tower-Defense-Spiel, für alle, die es nicht kennen. Man hat verschiedene Pflanzen zur Verfügung, um eben Zombies aufzuhalten. Diese Zombies haben auch verschiedene Fähigkeiten, um über unseren Garten in unser Haus einzudringen. Und nun ja, es heißt halt Pflanzen gegen Zombies. Der Name ist wortwörtlich verprogramm. So, wir müssen jetzt ein bisschen was einkaufen. Halt, wir müssen was einkaufen im Shop. Oh, da ist Debbie Dave. Wieso machst du gar kein Wobble Wobble? Schade. Er macht kein Wobble im... Er macht kein Wobble in seinem... Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Sorry, ich habe dich auch so sehr gesprüht. Mach gar kein Wobble-Text. Debbie Dave ist ein bisschen verrückter Nachbar. Uh, nice. Ähm... Debbie Dave hat uns allerdings auch sehr gegen diese ganzen Zombie-Attacken geholfen. So, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Kein zurück ins Main-Menü. Wir haben alles gegossen. Die sind erstmal versorgt. Sie sind gedüngt, sauber gemacht und die Schnecke ist gefüttert. Ich habe sie vorhin noch mit Schokolade gefüttert, als ich meine erste Aufnahme verkackt habe, weil das Spiel hier gar nicht aufgenommen worden ist. Also, ich habe dann schon viel geredet und immer total super und schön und egal. Zeit für den Adventure-Modus. Zombies. Ganz normale Zombies warten auf uns. Wir bekommen von dem Spiel schon diese Blumen als Voraussetzung. Wir haben also gar keine andere Wahl. Wir müssen mit diesen Flowers arbeiten. Heißt natürlich auch etwas schwieriger für uns, wenn hier Sachen ausgewählt werden, die nicht ins Spiel passen. Das heißt natürlich für uns, dass wir dann halt echt auch aufpassen müssen, unsere Taktik darin abstimmen müssen. Wir brauchen Sonnenblumen, weil wir können Pflanzen mit Sonnenlicht pflanzen. Wie hättet ihr das gedacht? Pflanzen wir die Pflanzen mit Sonnenlicht. Da habe ich nämlich Spikies mit. Die Nüstchen halten die Zombies auf. Die Minen lassen die Zombies explodieren. Das ist eine gute Taktik. Tick, tack, tuck, tuck. Ein Notfallkürbis und Cherry Bombs. Ja. Let's rock! Das ist immer eine schöne Grundtaktik. Pflanzen wir zuerst ein Sonnenblümchen, das gar glücklich und fröhlich mit dem Köpfchen wackelt. Wuhu! Pflanzen wir noch ein zweites Sonnenblümchen. Das wackeln sie ganz unrhythmisch mit dem Kopf. Das gefällt mir nicht. Unsubscribe. Da kommt schon der erste Zombie. Da ist auch unsere erste Kartoffelmiene quasi schon fertig aufgeladen. Diese braucht eine ganze Weile, bis sie aufgeladen ist und dann, äh, ja. Es ist eine Kontaktmine. Wenn sie einem Zombie wittert, macht es kaboom. Und man hat bei den anfänglichen Leveln noch die Chance halt einfach den ersten Engage mit so einer Kartoffelmiene abzufangen, so dass man genügend Zeit hat, Sonnenblumen zu pflanzen und sich dann halt seine Sonne zu sparen, bis man weiß, auf der nächsten Lane kommt der und der Zombie. Da ist übrigens auch die nächste Kartoffelmiene schon wieder ready. Die werde ich jetzt einfach hier einpflanzen, weiter Sonnenlicht nutzen und hier schon mal ein Walnüsschen stellen, weil die haben einen sehr langen Cooldown, deswegen möchte man die recht früh pflanzen. So. Der wird erstmal in die Kartoffelmiene laufen. Zombies are coming. Humpeling. Oder Krieching vielmehr oder Humpeling. Geil. So, und jetzt stelle ich hier schon mal meine erste Erbsenkanone. Ja? Erbsen sind sehr, sehr hart. Ja? Die Schale von denen zu knacken, ist für so ein Zombie ziemlich schwierig und wenn er dann auch noch beschossen wird, ist einfach so, dass das nächste Weihnüschen kommt. Hier hin. Und dann kommt hier unten die nächste Erbschenschussmaschine, der P-Shooter. Und auch hier ist jetzt der nächste P-Shooter ready. Wir werden uns hier eine ganze Reihe aus P-Shootern hinstellen. Erstmal die ganz normalen, bevor wir irgendwelche aufgewerteten Gegenstände jetzt hier nutzen. So, bevorzugt hier oben. Dann hier sind wir noch von einem Lüßchen geschützt. Da muss jetzt nicht so schnell was stehen, weil die Zombies knabbern erstmal. liebend gerne an die Nüsschen. Taube, 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 Nüsschen, yay. Wie sie schon gucken so, oh, mir kann nichts passieren. Ich bin eine Walnuss. Und ich bin stark. Nom, 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 nom. Und plopp. Da fällt der Kopper. So, jetzt können wir unsere nächste Verteidigungsmaßnahme stellen. Ähm, fangen wir mal mit dem Eis an. Da wir hier die Nüsschen haben, setze ich das Eis jetzt einfach mal nach außen. Rechts. Die Eis erbsenschießenden Pea-Shooter. Wie heißen sie genau? Snow Pea. Die Snow Pea-Shooter verlangsamen den Gegner und machen dementsprechend natürlich auch noch Schaden. Und da wir jetzt halt hier noch keine Tauben Nüsschen haben, nutzen wir die jetzt hier, um die Zombies zu verlangsamen. So. Dann fange ich hier schon mal in der Mitte an. Und setze ich hier die nächsten Tauben Nüsschen. Denn bald erwarten wir eine neue Welle Zombies. Die sieht man hier unten an den Flaggen immer, wenn eine etwas größere Welle Zombies kommt. Das ist natürlich eine unangenehme Entwicklung für uns. Nom, plopp. A huge wave of zombies is approaching. Und? 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 Kommt die große Welle? Die große Welle kommt? Die große Welle kommt? Kommt die große Welle? Guten Tag. Geh, südter Günther. Ich werde diesmal die Linien durchbrechen für Sie. Kein Problem. Scheiße. Nein, nein. Oh, nicht mehr. Oh, nein. Nein. Oh, boof. Das ist unfair. Nicht mehr in der zweiten Staffel von Planswärts. Zombies lässt du mir eine Chance hier. Wir wären noch schöner. Du kommst nicht in meinen Garten rein. Ich lasse eine einstweilige Verfügung gegen dich erstellen. Ja, super. Ne? In Minecraft pflanzt du mich vors Haus und hier lässt du mich auch nicht weiter als im Vorgarten. Na, ich sag's dir. Hier in den nächsten Leveln da werde ich richtig böse Zombies auffahren. Die werden dich richtig kapitt hauen. Wenn die dich kapitt machen, werden die dich... Ja, das kann ich dir aber sagen. Und da du ja Debbie Daves blöde Blumenvorgaben hast, lässt es sich nicht so leicht. Na, du wirst sehen. Damit werde ich sehr gut zurechtkommen, denn Debbie Dave ist gar nicht so Debbie wie man immer denkt. Ja, was meinst du? Der Dave, der heißt ja schön Debbie. Das ist auch so ein Kücken. Na, boah. Für meine letzte Wave. Ja, ich werde dich überrennen. Da werde ich dich kapitt hauen. Günther ist wieder sehr aggressiv mit dabei. Ihr habt gesehen, der Günther-Zombie führt immer die großen Wellen an und, äh... wird uns noch so die ein oder andere harte Nuss zu knacken geben. Haha. Ja, aber erst mal müssen die Zombies an meinem harten Nusschen vorbei. Das kommt falsch. Oh, sie guckt schon etwas angefressen. Wortwörtlich. Nein, ich schmecke nicht. Schade, dass die Zombies keine Nussallergie haben. So, wir sind erst mal ganz gut geschützt. Ich habe jetzt hier die Dreifach-P-Shooter gepflanzt. Die schießen über drei Lanes, deswegen sollte man sie halt auch so mittig platzieren. Hier ist die perfekte Position für sie, da sie halt dann hier oben mittig und unten entlang schießen und somit alle Lanes gleichmäßig abgedeckt werden. Ja, und ich kann jetzt hier noch anfangen, äh, Stacheln zu legen. Zombies können diese Stacheln nicht auffressen, kriegen höchstens Aua davon, ne? Oh Gott! Mein Nusschen! Nicht das Nusschen! Mein arme Kleine, guck euch mal das Nusschen an. Knack, knack, klatsch, klatsch, knack, knack. B-b-b-bam! Meine arme, kleine Nusschen. So, jetzt kommt die nächste große Zombie-Welle. Ja, ich, äh, hab hier was vorbereitet. Ich, äh, jetzt dir zeigen, du. So, guck mal, guck mal hier, dann eines Kapitels Nusschen, das werde ich voll ausnützen. Ja, das hab ich mir ausgedacht. Oh, das geht, das geht, das geht, das geht, 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 geht. So, der Zombie's auch coming! Scheiße, falsche Lane, da war ja gar nicht die Kapiteln ist. Nein, nein, nicht schon wieder das Eis, mein Arm, scheiße. Das ist so, klump ist der Kopf ab. Verdammt, das soll ich nicht wieder aufschrauben. Was glaubst du, was das für eine Arbeit ist, jedes Mal, noch jeder Runde, den Kopf neu aufzuschrauben? Vielleicht solltest du ihn mal ein bisschen besser festtackern. Naja, ist ja eh nicht viel drin. Was? Naja, ihr sucht doch immer nach Gehirnen und wenn ihr mein tolles Superhirn haben wollt, liegt das wahrscheinlich nur daran, dass ihr das auf viele Zombies aufteilen wollt, weil anders könnt ihr das gar nicht aushalten. Das ist ja auch gar nicht eingebildet. Das ist ja auch gar nicht eingebildet. Direkte Ködel. Gut. Nice. Toll, dafür kriegt ihr jetzt auch noch Geld hier. Das war meine Sportes. Oh nein, die Zombies haben gelernt. Sie haben Verkehrshütchen geklaut. Bestimmt beim letzten Unfall auf der Straße. Also, ne, wenn ihr mal so fehlende Verkehrshütchen seht, dann passt nachts ein bisschen besser auf. Ich möchte wieder unsere P-Shooter haben. Ich möchte unsere Eisshooter haben. Die Walnüsschen. Die Spiky. Spiky. Wir können mal mit einer anderen Taktik arbeiten. Statt den Eisteilen arbeiten wir jetzt mit Torchwurz. Ist zwar ein bisschen schwieriger zu handhaben, aber Torchwurz sind schon sehr lustig. Ja, dann was zum Sprengen haben wir schon die Jalabendia. Und es dick. Der Machi-Machipachi. Der Machi-Pachi ist immer toll. Ja, Sonnenblumen hatten wir vorgegeben. Ich wollte die Potato-Mino sowieso mitnehmen. Das ist eigentlich ganz toll alles, so wie es läuft. Das gefällt mir sehr. Das ist schön. Das ist so zu trickig. Wir könnten mit Gänseblümchen arbeiten. Ja. Ein Gänseblümchen im Sonnenschein. Und auch hier beginnen wir mit der Meta erst mal eine Sonnenblume zu pflanzen. Um an Sonnenlicht zu kommen. Wer hätte das gedacht? Eingesammelt. Und die nächste Sonnenblume wird genommen und eingepflanzt. Jetzt können wir das erst noch mal hinten machen. Später kommen Zombies die durchaus auch zuerst von hinten angreifen und sich dann durchfressen. Keine Ahnung, wo da die Logik ist, aber sie arbeiten schon taktischer mit der Zeit. So, und jetzt können wir hier die erste Potato-Mine pflanzen. Das ist kein Thema. Da kann er jetzt langsam drauf zuwanken. Das stört mich nicht. Wenn er dann da reinladscht, so Kontaktmine. GG, well played. GG, well played. So, und da steht sie schon. Unser Kontaktmännchen. Äh, jetzt wollen wir warten, wo der nächste Zombie auftaucht. Lass mal ein bisschen Gold sagen. Und der nächste Zombie setzen wir hier mal mittig einen Peashooter. Putsch, 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 Putsch. Das Plopp-Geräusch. Und Squoosh. Das ist die Hütte davon. Dann so zerbröselt der Keks nun mal. Jetzt würde ich gerne wissen, wo der nächste ist. Da kommt der oben. Wir setzen jetzt erst als nächstes immer Peashooter als Verteidigungsfront. Ähm, die Nüsschen lassen wir erst noch mal außer Acht. Die kosten nämlich auch echt viel. Das sollte auch erst mal so klappen. So, jetzt kommt unser erster Conehead. Und den möchte ich jetzt wegfeiern. Fire. Fire. Burn him down. Burn him. Burn him. Oh yeah, baby. So, wo kommt unser Nächster? Da ist ein ganz normaler. Da brauche ich mich nicht gucken. Hier unten. Seht ihr, so schnell ist der schon sein Verkehrshütchen los. Deswegen ist es eine ziemlich coole Taktik, mit dem Feuerholz zu arbeiten. Und diese verschiedenen Taktiken möchte ich jetzt in diesem Playthrough auch wirklich mal ausprobieren. Wir haben bis jetzt ja sehr viel ähm damit gearbeitet, einfach nur durch wirklich sicher durch die Level durchzukommen. Ob ich das rechtzeitig schaffen werde? Und ob der Torchwood dann so sicher ist, weiß ich nicht. Ich bin geneigt, erst mal ein Kürbis Swatch zu nehmen. Und! So, dann fange ich schon mal an, hier einzusetzen. Auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, ob wir ihn in dieser Position wirklich brauchen. Ist halt sehr kostspielig. Ah, ich hätte ihn da oben gebraucht. Verdammt! Dann nutzen wir hier die Macht, äh, der Minen. Dann nochmal eiskalt aus. Das hab ich geil verpasst. Warte, du hast da Kohle übersehen! So, damit ich schon wieder fast unten alles gesetzt hätte. Notfall müssen wir dann halt Notfallnüsschen setzen. Die Notfallnüsschen, nicht die Notfallnüsschen. Komm schon, Sun. Flowers, I need more Sunflower Power. Puff! Puff! Oh, oh, nein. Günther wird jetzt hoffentlich nicht, äh, eine gigantische Batterie an Zombies hier nach oben führen. Ist ja ungünstig, aber ich hab ja notfalls noch meinen Squashy. Hey, ich komm da von unten, du! Ich verrate doch nicht meine Taktik. Da oben hab ich jetzt einen mit dem Conehead abgesetzt. Da wirst du dabei, da wirst du die Zähne dran ausbrechen. Ich kann... Der hat mich einfach weggelasert. Ich hab mich weggedrennt. Ein paar Tipps noch einmal, das ist ja... Du wirst ja beklebt bei. Wie hat sich das denn ausgedacht? Ach, warte, jetzt setzt es auch noch Nüsschen. Ich fass das nicht. Das Nüsschen-Taktik, ne? Ich sag's dir. Ich kauf mir, ich kauf... die Schuld, ne Wässer-Pistole. Das wird ja auch nicht viel nutzen. Dann zünde ich meine ganzen Daumenstämme einfach wieder an. Dann sag ich dafür, dass es regnet. Da wirst du sehen, dass ich sorg' dafür, dass es regnet. Das ist der Plan überhaupt. Regenwetter. Da kannst du dir eine ganze Taktik, kannst du dir in die Haare schmieren. Naja, bis dahin hab ich genügend P-Shooter gebaut, da brauch ich dann auch notfalls meine Flammen-Darmstämme nicht mehr. Ja, das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt. Guck mal, da kommen immer mehr und immer mehr. Ja, wie? Ah, ha, ha, ha. Ach, Günther, du kannst mich mal. Da ist plötzlich wieder unfeindlich, ne? Habt ihr es genau gehört? Ihr habt es alle gehört? Hä, mit Günther ist das immer doch sehr etwas anstrengender. Das ist eine ganz besondere Challenge. Plans vs. Zombies mit dem Günther-Add-On, und das gibt es nur für mich. Aber ich glaube nicht, dass uns Zombies jetzt noch was entgegenzusetzen haben. Flammen, hallo, Ladies, guckt euch das an. Wie sie schon gucken, jetzt richtig, ich will burn you down, Zombies. I will burn you down. Oh, hell yeah. Burn the f- Grrrr. Was? Ich hab keine bösen Wörter gesagt. Das würde ich nie tun. Das ist ein kindgerechtes Let's Play. Das ist mir total fremd. Warum hab ich den jetzt eingesetzt und ich da unten das ist egal. Brauchen wir nicht. Ma hamsia, ma hamsia. Oh, da kommt ja gleich schon die letzte Welle. Na, da freu ich mich doch drauf. Guckt euch unsere Armee an. Hä? 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 Da hat doch niemand was entgegenzusetzen. Das wollen wir ja sehen, du. Das wollen wir ja noch mal sehen. So, ich komm ja auch wieder da unten, weil das die niedrigste Gegend wäre. Aua. Aua. Aua, ich meine... Oh, das ist doch... Ich weiß es nicht. Ich hätte mich mit Brand selber einschmieren sollen oder sowas. Kommt, meine willigen Zombie-Brüder. Stürmen wir die Barrikaden. Das klappt, glaube ich, heute mal nicht. Na, warte, ich werde meine Gigantikus-Brüder höhlen. Die machen dir, aber die machen dir die... Nein, haltet durch! Nein! Ich... Ich mach... Ich... Grausam. Ich spiel... Grausam. Grausam ist nur deine Stimme, Günther. Oh, jetzt haben wir eine besondere Challenge bekommen. Wir haben Kohlköpfchen dabei. Wir könnten mit Kohlköpfchen arbeiten, aber das mit den Kohlköpfchen machen wir auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal bei Plants, also Zombies.